Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem PfahlbauTV, unsere ersten Live-Sendung, heute anlässlich des ersten österreichischen Welterbetags. Ja, das haben wir zu feiern, das ist aber nicht das einzige. Wir haben auch noch ein zehnjähriges Jubiläum, aber das werden wir euch dann später noch verraten, was es damit auf sich hat. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die jetzt schon eingeschalten haben und uns heute noch zuschauen werden. Es ist schön, dass wir auch in Zeiten ohne Veranstaltungen vor Ort mit euch in Kontakt kommen können. Ja, mein Name ist Fiona Poppenwimmer, das ist mein Kollege Cyril Dwaski, der Geschäftsführer des Kuratorium Pfahlbauten, unser Fearless Leader und wir werden euch jetzt durch das fünfstündige Programm führen. Das restliche Team des Kuratoriums stellen wir euch jetzt dann gleich noch vor. Vorher aber vielleicht mal, was ist das Kuratorium Pfahlbauten eigentlich? Cyril, magst du da mal vielleicht was sagen dazu? Danke Fiona. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Cyril Dwaski. Ich freue mich, dass wir heute live bei euch in den Computern, in den Tablets, in euren Mobiltelefonen sein können. Corona-bedingt natürlich eben nicht direkt persönlich. Normalerweise machen wir sehr gerne Vorträge, Führungen vor Ort und das wäre natürlich auch heute sehr schön gewesen an diesem ersten österreichischen Welterbetag. Wir senden heute live direkt aus dem brandneuen Deck 50, dem Naturhistorischen Museum. Wir freuen uns total, dass wir hier Gäste sind und hier diese fantastischen Räumlichkeiten nützen können. Fiona hat uns gefragt, was ist das Kuratorium Pfahlbauten? Kuratorium Pfahlbauten ist im Grunde die Schnittstelle zwischen allen Aktivitäten, die die Pfahlbauten in Österreich betreffen. Die Pfahlbauten, was die Pfahlbauten sind, das werden wir euch später noch einmal genauer erzählen. Ganz viele verschiedene Facetten, aber vielleicht jetzt noch einmal vorab. Kuratorium Pfahlbauten, das sind prähistorische Dorfruinen, also die Überreste von Dörfern, Siedlungen, anderen Städten, Gebäuden, die sich seit tausenden Jahren erhalten haben. Das ist sehr spannend. Das ist so spannend, dass es Welterbe geworden ist. Was das Welterbe ist, erzählen wir euch auch nachher. Kuratorium Pfahlbauten wurde gegründet vor ungefähr zehn Jahren, damit wir uns darum kümmern und mit ganz, ganz vielen anderen Leuten und in Kooperationen, in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Organisationen. Genau, das heißt, wir haben einen gewissen Pool an Aufgaben und zu jeder dieser Hauptaufgaben werden wir euch heute in einem speziellen Themenblock durch das Programm führen. Das heißt, die Themenblöcke und das Programm heute schauen wie folgt aus. Wir fangen an mit einer kurzen Einheit Pfahlbauten für Kinder. Dann stellen wir euch das Welterbe an sich vor und wie wir als Kuratorium Pfahlbauten arbeiten. Wir zeigen euch, wie wir Vermittlungsarbeit betreiben, wie wir dafür sorgen, dass diese Dorfruinen weiterhin geschützt bleiben nach all dieser Zeit und wie wir sie erforschen. Das heißt, all diese Aufgaben betreuen einerseits wir als Kuratorium Pfahlbauten, aber wir sind ganz stark davon abhängig, dass wir mit den verschiedensten Menschen zusammenarbeiten und das ist auch schon das Motto von unserer heutigen Live-Sendung, nämlich die Menschen hinter dem Welterbe. Das heißt, wir wollen euch zeigen, wie viele unterschiedliche Leute überhaupt mit uns an diesem Welterbe arbeiten, was sie alles tun und was für Ideen sie da einbringen. Genau und wir haben schon erwähnt, normalerweise würden wir natürlich versuchen, direkt mit euch in Kontakt zu sein. Normalerweise bei einem Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder eine Gesprächsrunde direkt zu organisieren. Das können wir heute nicht, aber wir haben versucht, euch die Möglichkeit zu geben, trotzdem in Kontakt mit uns zu treten. Das heißt, dadurch, dass wir diese Veranstaltung über Facebook streamen, könnt ihr uns jederzeit in den Chat schreiben. Ihr könnt, wir haben eine Telefonnummer freigeschaltet, ihr könnt uns über diese Telefonnummer Nachrichten schicken, über Messenger-Dienste, WhatsApp-Signal oder auch ganz traditionell über SMS. Falls ihr weitere Fragen habt, tiefergehende Fragen, Ideen, Inspirationen, wir sind natürlich auch nach diesem Livestream für euch da. Wir werden einerseits die Fragen, die wir heute während unserer Übertragung nicht beantworten können, werden wir sammeln und dann später in unserem Blog auf der Webseite versuchen zu beantworten und dann auch natürlich veröffentlichen. Ihr könnt uns Mail schreiben und wir würden euch wirklich dazu bitten, normalerweise, wir hätten gerne sehr viel Interaktion und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Also nützt diese Gelegenheit und schreibt uns alles, was euch in den Kopf kommt und wir werden schauen, dass wir möglichst viele Antworten dazu finden. Genau, also der Ablauf wird so sein, es gibt jetzt dann zu jedem Themenblock einen kurzen Vortrag von einem unserer Expertinnen und Experten aus dem Team. Anschließend die Videobotschaften und Projektvorstellungen aus den Regionen per aufgezeichneter Videobotschaft und danach, da sammeln wir eben eure Fragen und danach stellen wir diese Fragen den Expertinnen und Experten direkt im Interview. Das heißt, ungefähr jede Stunde beginnt ein neuer Themenblock. Das heißt, wenn ihr uns nicht alle fünf Stunden zuschauen wollt, könnt ihr jederzeit wieder einsteigen und werdet trotzdem den Anschluss noch finden. Das Cyril hat schon erwähnt, ihr könnt uns per WhatsApp oder Signal auch Nachrichten schicken, Fragen stellen. Ich sage vielleicht ganz kurz die Nummer dazu, das ist die 0681 8484 7099, falls ihr kein Facebook verwendet und auf unserer Homepage zuschaust. Genau, das heißt, wie der Cyril schon gesagt hat, wir wünschen uns ganz, ganz viele Interaktionen. Ihr könnt uns gerne auch Feedback, Anregungen in die Kommentare oder per Nachrichten schreiben und ich würde sagen, wir starten dann einfach mit dem ersten Themenblock. Das ist Welterbe für Kinder und da werdet ihr jetzt gleich sehen, der Cyril wird einen kurzen Vortrag dazu halten und mal erklären, was ist das Welterbe überhaupt, worum handelt es sich da und anschließend zeigen wir euch, wie viele Projekte wir gemeinsam schon mit Schülerinnen und Schülern vor allem machen und durchführen, vor allem in den Regionen. Warum ist uns das wichtig? Warum arbeiten wir so gern mit Kindern? Ich sage es jetzt mal einfach ganz direkt an euch adressiert auch, ihr seid die, die nach uns auf dieses Welterbe aufpassen müssen. Wir sorgen jetzt dafür, dass es für euch erhalten bleibt und ihr müsst das dann weitertragen. Das heißt, Kinder, ihr seid die Forscherinnen und Forscher von morgen, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die Unterwasserarchäologinnen und Archäologen, die Museumskuratorinnen und Kuratoren. Das heißt, all das müsst ihr irgendwann weitertragen und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass wir jetzt schon ganz, ganz viel mit euch gemeinsam machen können. Gut, dann übergebe ich das Wort mal an den Cyril für seinen Vortrag. Ja, hallo. Ich habe jetzt auf unsere Vortragsbühne sozusagen gewechselt und freue mich, dass ich euch jetzt ein bisschen was über dieses Pfahlbau Welterbe erzählen kann. Ich möchte euch heute zeigen, wie sich Geschichten erhalten können und wie wir dafür sorgen können, dass diese nicht in Vergessenheit geraten. Normalerweise würde ich jetzt zum Beispiel einen Kinder-Uni-Vortrag machen, eine Vorlesung zum Beispiel bei der Kinder-Uni Wien. Das macht mir riesig Freude und normalerweise hätte ich jetzt hier vor mir nicht so eine Kamera, in die ich hinein glotzen muss, sondern ich hätte hier, weiß ich nicht, 50, 100, hatte schon mal 300 Kinder, die alle hier in den Zuschauerrängen sitzen würden und normalerweise könnten wir ganz viel Interaktion machen. Ihr könnt jetzt ganz viele Fragen stellen und ich könnte versuchen, die zu beantworten. Das geht so nicht, aber ich habe euch trotzdem ein Rätsel schon einmal für den Anfang mitgebracht. Vielleicht, wenn ihr draufkommt, denn ich möchte gern wissen, was das ist, könntet ihr uns eine Nachricht schicken mit eurer Idee, was könnte denn das sein und nachher, nach dem Vortrag können wir das dann aufklären und vielleicht kommt es eher darauf, was dieses seltsame Gebilde da hinter mir darstellen könnte. Beginnen möchte ich aber mit einer ganz kleinen Geschichte und zwar einer sehr persönlichen Geschichte. Ich darf euch hier mal vorstellen, das ist mein Lieblingsstofftier, mein Kuscheltier, das habe ich eigentlich schon als Erwachsener geschenkt bekommen, aber es sind ganz viele Geschichten damit verbunden für mich und vielleicht habt ihr ja selber auch, ich bin sicher, ihr habt ein Lieblingsspielzeug oder ein Lieblingsstofftier und das habt ihr sehr ins Herz geschlossen und ganz viele Geschichten sind damit verbunden. Und jetzt stellt euch vor, wir beginnen jetzt einmal mit einer bisschen traurigen Geschichte. Stellt euch vor, dieses Kuscheltier, dieses Stofftier verschwindet irgendwann. Ihr nehmt es mit auf eine Reise, auf einen Spielplatz oder irgendwo zum Spazieren gehen und irgendwann einmal ist es weg. Es ist ein Stofftier, das zum Beispiel eure Mama oder euer Papa gemacht hat und ihr hängt sehr daran. Das ist natürlich sehr traurig und wenn dieses Kuscheltier wie die meisten Stofftiere oder auch viele anderen Spielzeuge nicht so wie diese Plastikflasche, die dieser Otterfreund hier vor sich hält, aus Kunststoff gemacht ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, wenn man dieses Spielzeugkuscheltier nicht mehr wiederfindet, dass irgendwann irgendwann wird es weg sein. Und damit sind natürlich ganz viele Geschichten auch weg. Ihr werdet zwar lange vielleicht oder vielleicht seid ihr traurig, vielleicht bekommt ihr ein neues, aber irgendwann einmal vergesst ihr vielleicht auch diese Geschichten oder ihr vergesst sie nicht, aber niemand anderer wird diese Geschichten kennen, denn niemand hat sie aufgeschrieben oder nur in den sehr, sehr seltenen Fällen. Vielleicht kennen noch eure Eltern oder eure Geschwistern diese Geschichten, aber sonst wird sie niemand kennen. Es sind aber eure Geschichten, denn ihr seid ein Teil dieser Geschichte. Wir alle sind Teil unserer Menschheitsgeschichte und es ist schade, dass diese Geschichte dann verloren ist. Das ist eine kleine Geschichte, aber es gibt auch ganz große Geschichten. Manche Geschichten sind so groß und so wichtig, dass ungefähr vor 50 Jahren die Menschen beschlossen haben, wir müssen diese Geschichten für alle erhalten. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Das sind zum Beispiel, ist die Geschichte von den Pyramiden und der Sphinx in Ägypten oder das ist die Geschichte von der großen chinesischen Mauer oder es ist eine Geschichte vom Meer, hier vom Great Barrier Reef in Australien, also sozusagen einer Unterwasserlandschaft. Diese Geschichten sind so wichtig, dass eine große Organisation, die UNESCO, beschlossen hat, wir wollen gemeinsam diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten lassen, wir wollen sie schützen und damals wurde das UNESCO-Welterbe gegründet. Dann gibt es eine andere Geschichte, eine sehr, sehr alte Geschichte. Eine Geschichte, über die man Menschen lange Zeit nicht so viel wusste. Das ist zum Beispiel die Geschichte, wie die Menschen den Ackerbau entdeckt haben. Das ist eine Geschichte, wie die Menschen gelernt haben, Tiere zu züchten. Eine Geschichte über den Handel, wie die Menschen miteinander Kontakt gehalten haben, wie sie sich getroffen haben, wie sie zueinander gereist sind. Oder eine Geschichte, wie das erste Metall verarbeitet wurde. Diese Geschichten sind zum größten Teil in Vergessenheit geraten, weil sich über die vielen tausende Jahre, ich habe euch gesagt, das ist eine ganz alte Geschichte, einfach nur sehr wenig, wie bei eurem Stofftier, nur sehr wenig erhalten hat. Das, was sich erhalten hat, ist zum Beispiel hier, schaut mal hier habe ich so eine, einen Nachbau von so einer Steinaxt. Das, was sich aus der Geschichte erhalten hat, ist zum Beispiel nur diese, dieser Axtkopf aus Stein. Und deswegen haben die Leute damals auch beschlossen, wir nennen diese Zeit, in der diese Geschichte spielt, die Steinzeit. Alles andere, zum Beispiel dieser Holzgriff, der hat sich nicht erhalten. Das ist schade, aber es gibt hier Ausnahmen. Und wie kann so eine Ausnahme passieren? Da habe ich euch ein kleines Experiment mitgebracht, das ich selber zu Hause gemacht habe. Das könnt ihr auch zu Hause selber ausprobieren. Und zwar habe ich einen Apfel genommen, einen ganz normalen Apfel und habe ihn in mehrere Teile geschnitten und habe das in verschiedenen, unter verschiedenen Bedingungen gelagert. Ihr seht ihr auf der Seite, dieser Apfel ist einfach in der freien, unter freiem Himmel, unter Licht und Sonne eine Woche lang gelegen. Dieser Apfel war auch unter Licht und Sonne, allerdings in einem Wasserglas. Und dieser Apfel war im Kühlschrank, auch im Wasser. Und ihr könnt vielleicht schon sehen, dass diese drei Äpfel, der schaut ganz anders aus. Und die zwei schauen zwar sehr ähnlich aus, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auf eurem Computer und auf dem Monitor sehen könnt, hier oben seht ihr, dass das so ein leichter Pflaum ist. Also hier passiert schon etwas. Was ist da? Was passiert da? Das, was hier passiert, ist, dass kleine Lebewesen, Mikroorganismen oder hier im Prinzip, das trocknet jetzt erst einmal aus, das ist aber auch erst eine Woche alt. Aber irgendwann einmal würde hier zum Beispiel ein Schimmel drauf wachsen oder es kommen kleine Insekten, die beginnen diesen Apfel aufzufressen. Die brauchen aber alle auch die Luft zum Atmen, wie wir. Wenn wir das nicht haben, dann könnten wir das, wir können nicht unter Wasser leben, außer wir tauchen. Zum Tauchen kommen aber erst später. Das heißt, auch diese Kleinstliebewesen, diese Mikroorganismen, wie man das auch nennt, die brauchen Luft und können hier nicht arbeiten. Und noch besser ist es, wenn wir das Ganze auch noch lichtgeschützt und gekühlt haben. Denn der Apfel ist fast so wie am ersten Tag. Und das sind so Fälle, wie sich diese alten Geschichten, wie ich euch vorher schon erzählt habe, über diese frühen, ganz wichtigen Entwicklungen in der Menschheit, wie sich die erhalten können. Was heißt das jetzt für uns oder warum erzähle ich euch das? Weil es heute an diesem Nachmittag ganz viel um eine besondere Fundstelle, um besondere Spuren aus unserer Vergangenheit geht, um die archäologischen Fundstellen, die Pfahlbauten unter Wasser. Denn normalerweise erhält sich an Land kein organisches Material, keine Pflanzen, die irgendwie gelebt haben. Das löst sich alles auf, aber unter Wasser. Und ich zeige euch hier eine Szene, eine Ausgrabung, die wir in unserem Team im Attersee gemacht haben. Und unter Wasser, da seht ihr schon ganz viele Dinge, zum Beispiel diese Pfähle. Ich habe euch auch einen Pfahl mitgebracht, damit ihr seht, wie sowas aussieht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Aber hier drinnen ist auch wieder konserviert, wieder im Wasser. Deswegen erhält sich das ein Pfahl. Und das waren die Reste von prähistorischen, von urgeschichtlichen Dörfern. Das sieht man jetzt noch nicht so viel. Ohne die Ausgrabung schaut es vielleicht noch drüber und noch konfuser aus. Hier seht ihr ein Bild aus dem Mondsee. Der ist ein bisschen drüber als der Attersee. Da ist alles überwachsen. Was erkennt man da? So beim normalen Drübertauchen, beim Drüberschwimmen, beim Schnorcheln erkennt man da vielleicht nicht so viel. Aber wenn wir ArchäologInnen dann hier drauf schauen, dann sehen wir zum Beispiel in unserer Fantasie so etwas wie dieses Haus, das der Leopold, unser Grafiker, unser Illustrator für uns gezeichnet hat. Wir können also aus diesen Resten, die sich da über Tausende Jahre erhalten haben, diese Häuser rekonstruieren. Wie wir das machen, wer das macht, können Sie dann später von meinen Kollegen und meinen Kolleginnen erfahren. Und später kann man dann zum Beispiel auch versuchen, ein Modell davon zu bauen. Und hier habe ich euch zwei Beispiele mitgebracht, wie ihr euch so ein urgeschichtliches Dorf vorstellen könnt oder so ein Haus. Ihr seht schon, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, ganz viele unterschiedliche Aussehen, die wir da uns vorstellen können. Manche von diesen Häusern sind zum Beispiel recht weit abgehoben vom Boden. Und ihr seht schon, warum wir das auch Pfahlbauten nennen. Denn hier haben wir lauter Pfähle, wo diese Häuser draufstehen. Oder es gibt auch andere Typen, die direkt auf den Boden gestellt wurden. Und hier sieht man zwar die Pfähle nicht, aber die Pfähle sind immer noch hier unten im Boden drinnen. Und genau diese Pfähle finden wir noch nach tausenden Jahren unter Wasser. Und weil es so herausragend und toll ist und weil wir ganz viele Dinge, wie hier in diesem großen Bild dargestellt, aus diesen Orten unter Wasser heraus lesen können, hat die UNESCO genauso wie bei diesen großen Geschichten von den Pyramiden, von der chinesischen Mauer, ganz viele andere. Ihr kennt vielleicht in Österreich Schönbrunn, ihr kennt vielleicht die Wiener Innenstadt, den Semmering. Es gibt ganz viele österreichische Welterbestätten oder insgesamt auf der Welt. Aber die UNESCO hat eben gesagt, auch die Pfahlbauten sind so wichtig, weil sie so eine wichtige, spannende Geschichte erzählen, dass wir sie zum Welterbe machen. Und wir haben das nicht nur in Österreich. Also auch wenn ihr in den Urlaub fahrt, ihr fahrt zum Beispiel nach Slowenien, nach Ljubljana, in die Hauptstadt von Slowenien, dann könnt ihr, das ist hier, oder nach Italien oder nach Deutschland oder nach Frankreich oder in die Schweiz, dann gibt es ganz viele Orte, wo ihr diese Pfahlbauten besuchen könnt. In Österreich findet ihr zwei Regionen, wo Pfahlbauten sind. Das eine ist hier in Oberösterreich im Salzkammergut am Attersee und am Mondsee. Dort sind die Welterbestätten und in Kärnten im Keutschacher See. Warum ist das alles so wichtig? Das ist so wichtig, weil ihr müsst euch vorstellen, dass unsere Gewässer eigentlich so etwas wie das allergrößte Museum auf unserer Welt sind. Nicht umsonst wird unsere Erde der blaue Planet genannt. Die Erde ist ungefähr, 70 Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir unsere Wasserbedeckung haben und unsere Konservierung wie in einer Konservendose unter Wasser, wenn das alles in unseren riesigen Wasserflächen, in den Meeren, in den Flüssen, in den Seen verborgen ist, dort versinkt, wie viel da noch an unserer Geschichte erhalten ist. Deswegen ist das ein Welterbe und deswegen ist das auch so wichtig. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was über diese Faszination erzählen können, warum wir diese Pfahlbauten ausgraben, warum wir so viel forschen. Im Anschluss werden wir euch noch ein paar Videos zeigen, ein paar Botschaften, Grüße von vielen, vielen anderen Geschichten, Aktivitäten, die wir mit Kindern, für Kinder, mit Kindern gemacht haben. Und ich hoffe, dass es euch Spaß macht, dass ihr auch noch länger bei uns dabei bleibt und euch ganz viel von unserem langen Nachmittagsprogramm anschaut. Mein Name ist Barbara Barisch und ich unterrichte an der Volksschule Loebichl am Mondsee. Im Gemeindegebiet unserer Volksschule liegt das Pfahlbautorf Mooswinkel. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir uns im Sachunterricht der Grundstufe 2 immer wieder der Thematik Pfahlbau gewidmet. Die Kinder waren jedes Mal aufs Neue begeistert und wollten mehr wissen. Aufgrund dieses regen Interesses habe ich beim Kuratorium für Pfahlbau in Wien angerufen. Gemeinsam mit Helena Seidel da von Seeker war das Projekt Thema Kinder zur Zeit der Pfahlbauten schnell gefunden. Das Augenmerk unseres Projektes lag und liegt nach wie vor auf einem handlungsorientierten, kindgerechten Zugang, der unseren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die damalige Zeit bieten soll. Dieser Einblick erfolgt aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Zudem wurde unser Projekt von Culture Connected mit einem großzügigen Förderungsbeitrag bedacht. Im Schuljahr 2019-2020 fanden bereits Workshops und Aktivitäten zum Thema Pfahlbau statt. So gab es im November 2019 einen Einführungsworkshop, bei dem unsere Kinder an die Thematik herangeführt wurden. Originale Funde aus dem Mondsee konnten bestaunt werden. Nachbauobjekte konnten ausprobiert werden. Mit Pyrite und Feuerstein versuchten unsere Kinder selbst Funken zu erzeugen und stellten fest, dass das gar nicht so einfach war. Aus diesem Workshop wurde die Idee für unseren Faschingsumzug geboren. Alle unsere Schülerinnen und Schüler bastelten sich ihr eigenes Pfahlbaukostüm. Eifrig wurden Juteumhänge bestickt und aus Papier Hüte gebaut. Stolz zogen wir im Februar 2020 als Pfahlbauvolk durch unseren beschaulichen Ort. Im März 2020 fand der sehnlichst erwartete Musikarchäologische Workshop mit Beate Pomberger statt. Ein ganzer Vormittag stand im Zeichen der prähistorischen Musik. Ein spannender Vortrag, bei dem unsere Kinder beispielsweise Kuhhornflöten, Muschelflöten, Felltrommeln und Hufrasseln ausprobieren konnten, um nur einige zu nennen, wurde durch den Bau von fünf einfachen Instrumenten, auf deren Prinzip alle derzeit existierenden Instrumente beruhen, abgerundet. Schwierblätter, Trommeln, Schrapper, Rasseln und sogar Pahnflöten wurden gebaut. Im Musikunterricht bei meiner Kollegin Frau Piso haben die Kinder ihr eigenes Pfahlbaustück mit ihren selbstgefertigten Instrumenten komponiert. Sie werden es im Anschluss sehen. Die gesprochenen Wörter, die Rhythmen sowie der gesamte Ausbau des Stückes entstammen zur Gänze den Ideen unserer kreativen Kinder. kill. kill. k Vielen Dank. 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 Das war unser Pfahlbauprojekt. Vielen Dank. Cool. Danke. Danke. ... 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